Aber die kommen da nicht hoch Auf dem Boden Oh Gott Alter, rennt weg Rennt weg, oder? Blau Achtung, da kommt jetzt Nimos Ah Da hat fast keine Rüstung mehr Holy shit, wir flassen da, ey Da bunkeln oben Sterbe Sterbe, sterbe Wow Hinlegen hat's gebracht Das Spukteil hat mir die Füße ausgezogen Jetzt verliere ich noch schneller Leben Alter, das ist so geil hier drin, ey Ich feier das geil total Oh, ich hab noch ne Suppe Ja? Ja Na gut, dann kann ich wieder keine Regenation nehmen Na Brauchst du auch nicht Auf dem Boden ist so ein Kleinvieh Auf dem Boden ist so ein Kleinvieh Oh, jetzt nicht mehr Oh oh Die sind so schwer zu erkennen Achtung Achtung Ja Dürfen Lachen und stelle Höhö! Pfff! Da hinten kommen noch zwei! Ich hol noch Moran. Leru! Höhö! Ich liege irgendwo da vorne. Nice, ne? Ted Cave auf einfach, also Level 60. Du musst überlegen, du darfst 10 Leute mitnehmen, du darfst 50 Tiere mitnehmen. Ich glaub mit ein paar guten T-Rexen könnte das schon etwas einfacher sein. Vor allen Dingen gegen die Dimorph und uns, also. Das erste ist klein, hier. Alter. Mo schon wieder ans Kult. Sagt der Wur 50 die Musik, der sich erst bietet. Ja, wegen dir. Die sehen dich doch gar nicht. Ich bin, äh, Gilly-Rüstung. Ach so, du bist ein Gilly. Wie? Wenn die an mir vorbeiziehen, dann sehen die mich als nächstes. Achtung. Demo. Aua. Ey, die ziehen mir alles aus, oder? Jetzt hab ich keine Handschuhe mehr. Noch mehr Dinos. Da sind diese Spukviecher. Und sie dann tot. Ja, links am Rand sind auch noch die Maus. Sehr. Links. Achtung. Shit. Mit ihm muss man one hinten. Aber weiß nicht. Wenn ich keine Handschuhe kriege, dann kann ich das Leben mit Legamenten. Wow. Einfach aus dem Boden springen. Mit ihm. Mit ihm. Wie ist es? Du bist so. Wie ist das? Ich hab mich. Fertig? Ich hab mich. Ich hab mich. schon wieder fast dort da unten wird es blau links runter das könnte sein das ist dann nicht mehr so kalt du bist schon befreit auch ich bin fast wachs kommst du raus was runtergefallen oder das unten ist dann doch wachst du bist unten vielleicht habe ich leck oder so ich war hier oben aber ja ist doch nicht im goldmode sind sie nicht gestorben ja ich habe den dazwischen ausgestellt aber jetzt liegt das zeug wahrscheinlich unten oder so das zeug ist weg dafür hast du ganz viele tiere mit klumpen ja hier gibt es nichts mehr auch ein schwert ganz toll ich scramble mich mal runter gerne ein paar schuhe und handschuhe kaufen ja ich hätte gerne alles hier unten kann man keine grappling hook mehr benutzen geht nicht mehr hat noch irgendeiner was mit dem man was anfangen kann mit könnt ihr jetzt die neue sniper geben du hast ja keine richtung du verlierst rapide leben ich sehe da unten schon wieder ich sehe da unten schon wieder was macht er da ich nehme den grappling hook hier runter und dann konnte ich nicht mehr grappling hook benutzen das ist sowieso da hinten in das blaue aber ich weiß nicht wie ich da runterkommen soll ja ich habe aber nichts zu eingeben versuchen Kartiere in die Lava zu laufen ich will auf jeden Fall noch das blaue sehen die dachsviecher kommen 10 minuten nochmal noch ich bin da unten gleich zu unten. Noll, fuck, fliegst du da gerade durch? Ja. Kranker Dude. Ich hab eh nichts. Was am Moos, alter Sniper. Wow, jetzt häng ich hier in so einer Tech-Wand. Cool. Oh, wo bist du? Du bist bei mir. So, vorrennen. Ja, irgendwie müssen wir da durch. Ich hab auch noch einiges in die Lava gelockt. Komm, wir müssen gleichzeitig können, okay? Ja, ich mit ein paar Stunden auf dem Fallschirm. Nee. Hast du noch? Oh, irgendwas kräftig an. Sie morphelt uns. Geil. Jo, da liegt er. Hinter dir. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit dem Demo von uns davor. Nackig ist blöd. Ja, ich hab gemeint, jetzt mit dem Fallschirm darüber. Ins Blaue. Ja, der Bugs hat's ja auch versucht. Er hat's nicht geschafft. Ja, ich war halt nackig. Oh, da sind, äh, Schwinden. Ne, ne, ne. Cool. Jetzt hab ich... ... wieder keine Füße. Ist gestunt. Ey. Das Ding ist nicht so gemein. Wax, pass auf. Ach du, da kommt noch so ein Karpus. Nein, der darf mich! Also ich hab gleich keine Magical Füße mehr. Ja. Ja. Meine Zeit läuft auch gleich ab. Ich hab schlafen jetzt viele noch neben mir. Ah, wird das so stand, Digger. Ja. Ey, das gibt's nicht. Pappen. 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 Das Konzept im Moseinzeug schon. Ja, viel Spaß. Spawn ihn doch wieder ran. Spawn ihn doch wieder ran. Ja, schon. Spawn ihn doch wieder ran. Spawn ihn doch eh gleich. Bist du wieder da? Ja. Wir bringen Spawnen. Mensch ist da vorn, nehmen wir den. Ja. Ja. Unter dem, oder? Genau. Schießt man mich die Viecher noch ab? Meine Leiche müssen da unten im Eingang liegen. Auch nicht zu nah. Bleib mal leicht weggepackt. Hattest du mich grad noch hin? Bitte? Ich dachte, muss eine Leiche nach dann noch. Ich muss wohl unter die Welt. Oh, fuck. Ja. Nehmen wir hier mit dem Maus auf nach? Oh, die Maus. Ich renne mal vor. Und tschüss. Ich auch, ey. Ach du Scheiße. Mann, ich will wissen, was in dem Blauen da ist. Ich auch, deswegen renne ich. Äh, ich könnte es jetzt verraten. Ich verrate alle. Boah. Hä? Alter, Max. Was? Du dich genau vor mich stellst. Ich bin schon da. Hier ist... Hier ist nicht mehr... heiß. Ja, ihr müsst rechts rum. Die Maus vor uns kommen. Ah, schnell nach Dings. Uh, da sieht das cool aus. Oh, da ist noch ein Vieh. Pass auf, Max. Was? Now, Forrest. Boah, ich sterbe ihn. Sag Bescheid, wenn ihr da seid. Alter, da hängt so eine Kuppel an der Decke. Warte. Hier sind noch ganz viele Tiere. Activate Teleporter Pad. Ja, das teleportier dich wahrscheinlich zurück dann. Okay, Hilfe. Komm rein. Komm rein. Mach an das Ding. Krass. You will be teleported in einer Minute. Zehn Survivors allowed. Also sterben deine Dinos, sozusagen. Ja, stimmt. Die Dinos können bestimmt auch mit. Nee. Sonst würde ich da stehen. Am Anfang stand da auch, du darfst 50 Dinos mitnehmen. Und da stand glaube ich auch, dass die Dinos nicht mit rauskommen. Aber keine Ahnung. Ey, was macht für Effekte hier? Geil. Riesenwaffe hat er dir gemacht. Du heftig. Wow. Geiler Scheiß, ey. Geiler Scheiß, ey. Geiler Scheiß, ey. So, jetzt aufschwer. Jo. So. Ja, aber... Dann... Alter. Wow. Geht's mir. Ich glaube wir lassen uns gerade richtig feiern. Geil. Alter, ist das das mit dem ersten? Ja, da ist das mit dem zweiten? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, das sind die Waren Schöpfe. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. go. Nice. Superalter. Leute, ich kann nicht mal backspawren Äh? Äh, jetzt bin ich beim Bankbag gespawcn, was ist jetzt anders? Hm, ich glaube, ich könnte jetzt noch mehr XP dazu holen. Theoretisch, heute das wirklich? Er dass wir, glaube ich, so clipkommen.. まぁ 5v mehr ab und ja an der Staffs. Ja, ich will, dann fellow doch sein lud unter dem neuen Highcent. Youtube um den implementationen GAMMA ASCENTION IMPLENT In Klammer plus 5 Artefekt Ja tatsächlich Survival Max Level Survival Quote und GAMMA GARDIEN Ach sehr schein Ja, jetzt kannst du wieder leveln, jetzt hast du XP voll Stimmt, kriegst du pro Schwierigkeit 5 Level Ja, das denk ich auch Ja stimmt, das Implantat sieht anders aus, Survival plus 5 Level Alter, war das witzig Und das war jetzt easy Ja gut, aber easy mit 3 Mann und Waffen und einer Rüstung Ja Wenn du da jetzt zu 10 reinhüpfst mit T-Rexen oder was weiß ich was Aber ich glaube du musst du mit einkalkulieren, dass deine Tiere nicht mehr rauskommen Hm Deswegen gibt es wahrscheinlich auch den Replicator oder dieses Klon Dings Das kommt Ja, stellt euch mal neben mich, seid ihr noch hier? Äh, jetzt musst du dich übernehmen Warte? Mist Ja harus 3, ok !